Herzlich willkommen in der Praxis von Augenärztin Dr. Ingrid Sokol in Düsseldorf. Von der Vorsorgeuntersuchung über die moderne Diagnostik und Behandlung von Sehschwächen und Störungen bis hin zu Führerscheingutachten und Tauglichkeitsuntersuchungen. Unser Team steht Ihnen jederzeit zuverlässig und kompetent zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017